Wie viel Leben er hat? Entschuldigung Fuck, das war ich, Alter! Oh nein, oh nein, oh nein, ich hab's gar nicht gekriegt Nein Oh Ich dachte schon wieder, das wäre ein Zombie! Oh mein Gott! Ich bin so im Geht, ne Zombie so komisch! Und ich hau ihm ein schwervolles Brett in den Kopf! Hahahaha Hä? Warum dreht sich der Zombie mir noch entgegen? Willst du mich verarschen? Wie oft soll ich ihn denn noch geben? WTF? WTF? Oh, die sind sogar mit Scope und allem Oh Ich dachte, das wäre ein Zombie! Hm Ich dachte, das wäre ein Zombie! Hahahaha 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 Oh mein Gott Hahahaha 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 Oh Gott, ey Hahahaha Ich hab Asyl ausgekackt, Digga Also Leute, das muss... Das muss... Das muss auf Reddit Hahahaha Oh geil Das kommt auf Reddit Okay Leute, wartet nicht wegbewegen, bleibt mal da stehen, weil ich glaube pinkeln müssen wir auch noch, oder? Pinkeln, joo! Hahahaha Dann versucht euch da mal um... Hahahaha Ja, okay, wenn man dann anguckt dann, ne? Ja dann, äh... Ich hab mir grad, äh, Hunger... Hahahaha 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 Ich möchte ungestört sein, auch wenn das Fenster offen ist Diskretion bitte Hahahaha Ihhihi Warum soll ich kotzen? Wenn du irgendwas gegessen hast, was nicht so gut ist Oder gestern hab ich zum Beispiel... Muss ich da zugucken? Oh mein Gott Nein, du... Falsche Seite! Nicht vor dem Klo! Hahahaha 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 Hä, hab ich ne Kohle... Hab ich ne Dose ausgekackt? Was ist das denn? Hahahaha Hä, da steht auf einmal ne Dose Hahahaha 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 Die war davor noch nicht Ihh, das ist Orangensaft Hahahaha Hahahaha Niedr Może noch mehr Marchegiani Mach, Key Hahahaha Dein Bauch bewegt sich ja sogar, wenn du dich bewegst. Ich glaube, dass der Teil ist 30. Eingelagertes Fett 38,8. Du bestehst zu 30% aus Fett. Beweg dich mal ein bisschen. Nur so nach links rechts. Mach das bitte noch mal. Mach das bitte noch mal. Oh Gott. Scheiße. In sein Herz klopft ganz schnell, weil er nicht mehr gerannt ist. Oh nee, er scheißt einfach. Ach so Gott, mein Darm ist mitten auf der Straße. Er muss. Oh Gott, er hat Dünnpfiff. Oh nein. Oh Gott, er hat Dünnpfiff. Oh scheiße. Oh Gott. Wie sieht das denn aus? Oh, er ist voll durchgelaufen. Oh nein. Kommt vom Mais, Alter. Oh, das macht so keinen Spaß, Mann. Ohne Witz, Alter. Auf den ersten Gegner, den man trifft, das ist gleich so eine Pfeife. Genau, verreckt, Alter. Was anderes hast du nicht verdient, du Pisser. So, gib mir dein Messer. Fuck you, Mann. What you kill me? Hä? Kommt er denn jetzt her? Okay. Ich habe dich. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020